2. Februar 2019. Acht Uhr und fünf Minuten. Guckt mal. Die Sonne will kommen, kann aber noch nicht. Ist nur ein kleines Löchlein da. Tja, guckt mal. Heute kann ich euch mal was zeigen. Ich kann zwar leider nur was riechen, aber guckt mal. Aber, naja, ich wollte gerade sagen, man kann nichts sehen, aber es ist trotzdem unser blauer Wasserdampf, der da raus riecht oder raus geht. Hab gedacht, da wäre nichts. Guckt mal. Die Sonne. Das kleine bisschen. Ist das nicht niedlich? So. So, hab nun den Ruch. So richtig überzeugend ist der Wasserdampf heute nicht. Aber was soll's. Es reicht aber, wenn es riecht. So, in dem Sinne. Die Sonne wird kommen. Ich wünsche euch was. Heute Morgen haben wir 17 Grad gehabt. Das passt. Das passt.